Mein Name ist Lara Tautz, ich arbeite in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der neu gegründeten Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Also Rheinland-Pfalz ist für uns ein sehr interessanter Standort für die Kommunikation zum Thema Innovation, weil es da tatsächlich sehr viele spannende Akteure gibt, die tolle Ideen haben, die schon tolle Ideen entwickeln und die aber leider noch nicht so stark in der Öffentlichkeit sind. Und das wollen wir ändern und diese Akteure auch stärker zeigen und zusätzlich damit auch dazu beitragen, dass die Vernetzungen verbessert werden und weitere Innovationen entstehen. Generell wollen wir uns natürlich mit unserer Kommunikation immer an die gesamte Innovationscommunity richten und damit auch für jeden einen Mehrwert schaffen. Aber natürlich gibt es auch sehr unterschiedliche Zielgruppen, die wir haben und da ist es bei einigen Kommunikationsmaßnahmen, die wir haben, dann auch so, dass wir diese tatsächlich ganz stark mit Blick schon vorab auf diese Zielgruppe entwickeln und damit eben auch für diese den optimalen Informationsbenefit leisten wollen. Aber zum größten Teil versuchen wir wirklich alle Innovationsakteure in Rheinland-Pfalz anzusprechen. Grundsätzlich ist es ja unser Ziel des Innovationsland Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln, also einmal sichtbar zu machen, was es schon gibt, aber eben auch Neues möglich zu machen. Und ganz konkret planen wir aktuell eine Reihe mit weiteren Partnern zu dem Themenschwerpunkt Smart Farming. Vielen Dank. Vielen Dank.